Wir alle lieben Essen. Es ist das, was uns antreibt und uns zusammenbringt. Es kann uns einen harten Tag versüßen und ist immer dabei, wenn wir etwas Schönes feiern. Wie kommt es also, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel verschwendet wird? 1,6 Milliarden Tonnen Essen erreichen nie den Teller. Und das sind schlechte Nachrichten für unseren Planeten. Wir haben eine App entwickelt, um genau diese Herausforderung anzugehen. Jeden Tag kannst du Essen von Läden, Restaurants und Bäckereien retten. Du bestellst und holst dir eine Überraschungstüte aus all dem Essen ab, das über den Tag nicht verkauft wurde. Und nach der Abholung heißt es genießen. Rette leckeres Essen und tu der Umwelt etwas Gutes, ganz einfach. Jede Mahlzeit zählt und zusammen verändern wir die Welt. Sei dabei, denn Essen gehört auf den Teller. sein Internet Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020